Der Malteser ist eine Hunderasse, die im Mittelmeerraum sehr beliebt ist, vor allem in Italien. Die Ursprünge des Malteser-Hundes werden mit Italien in Verbindung gebracht, aber auch mit der kroatischen Insel, die früher als Maletto bekannt war. Und natürlich mit Malta. Sein genauer Ursprung ist ungewiss, aber man weiß, dass die Phönizier die Vorfahren der Rasse vor über 2000 Jahren nach Ägypten brachten. Interessanterweise befinden sich im Grab von Ramses II. steinernde Statuetten mit Abbildungen, die dem Malteser-Hund sehr ähnlich sind. Der Malteser ist ein sehr kleiner Hund, der normalerweise zwischen 3 und 4 Kilo wiegt und etwa 25 Zentimeter groß ist. Das macht ihn anpassungsfähig für kleine Wohnungen und Häuser ohne Garten. Er hat ein üppiges weißes Fell, das normalerweise glatt, lang und seidig ist. Im Allgemeinen ist dieser Hund sehr fröhlich und lustig, aber auch anhänglich und liebevoll zu seinen Haltern. Sie können etwas nervös und verspielt sein und leiden daher darunter, wenn sie zu viel Zeit allein zu Hause verbringen, da sie es vorziehen, sich begleitet zu fühlen. Der Malteser ist ein idealer Hund für alle Arten von Familien. Man muss nur richtig mit ihm spielen. Der Malteser muss täglich gebürstet werden, um Schmutzansammlungen und lästiges Verfilzen zu vermeiden, damit sein Haar dauerhaft im perfekten Zustand bleibt. Zur Grundpflege gehört auch die Reinigung der Tränenflecken, die sich unter dem Auge ansammeln, und des Schmutzes, der sich um das Maul herum angesammelt hat. Verwende dazu am besten ein Tuch und trockne den Bereich anschließend ab, um Pilzinfektion zu vermeiden. Schließlich betonen wir, wie wichtig hochwertiges Futter ist, das sowohl für allgemeines Wohlbefinden als auch für ein schönes glänzendes Fell sorgt. Dieser Hund kann unter Allergien leiden, also achte auf eventuelle Reaktionen auf das Futter. Der Malteser ist im Allgemeinen ein gesunder und langlebiger Hund. Allerdings ist er anfällig für Kniescheibenverrenkungen, ein Problem, das vor allem bei älteren Hunden auftritt. Um einen geselligen und glücklichen Malteser zu haben, müssen wir für eine gute Sozialisierung sorgen. Wir müssen dafür sorgen, dass er schon als Welpe richtig sozialisiert wird, indem wir ihm mit anderen Hunden, Menschen und der Umgebung vertraut machen. Wir müssen positive Verstärkung einsetzen, um sicherzustellen, dass sie richtig erzogen werden. Der Malteser ist ein sehr intelligenter Hund. Er lernt ohne Schwierigkeiten Grundkommandos, Tricks und sogar fortgeschrittene Befehle. 5-10 Minuten Training pro Tag sollten hier ausreichen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben wirklich sehr freuen. Schreib mir auch gerne deine Meinung zu diesem Thema in die Kommentare und vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du auch in Zukunft kein neues Hundevideo mehr verpasst.